Hallo ihr Lieben, wir haben ja schon mal zwei Folgen über das Bermuda-Dreieck gemacht. Genau, und jetzt startet eine neue Doku-Serie als deutsche TV-Premiere, Mysterium Bermuda-Dreieck, und zwar ab dem 22. März, immer mittwochs um 20.15 Uhr. Im Mysterium Bermuda-Dreieck begibt sich ein Elite-Team auf eine Expedition zum Bermuda-Dreieck, dem berüchtigsten Meeresabschnitt der Angst und Faszination gleichermaßen hervorruft. In den von Florida, Bermuda und Puerto Rico begrenzten Gewässern gaben zahlreiche verschollene Schiffe und Flugzeuge Rätsel auf. Das Experten-Team sucht nun nach Überresten von Wracks vermisster Schiffe und Flugzeuge. Darunter beispielsweise 27 US-Marineflieger von 1945 und eines der größten verschollenen Schiffe, die USS Cyclops von 1918. Ebenso wollen die Experten in der neuen Doku-Reihe aufgefundene Wracks identifizieren. Genau, und jetzt fragt ihr euch natürlich, wo kann ich das denn sehen? Ganz einfach auf dem History Channel oder über History Play. Wie kann ich es empfangen? Den History Channel könnt ihr über alle wichtigen Pay-TV-Anbieter, wie zum Beispiel Sky oder Telekom oder Vodafone, empfangen. Auch als History Play über Amazon Prime Video Channels entspannt streamen. Wir hatten exklusiven Einblick in die Folgen und müssen sagen, es ist mega spannend, was man da erfährt, hätten wir auch niemals für möglich gehalten und können es echt nur empfehlen zu schauen. Also denkt dran, ab dem 22. März, immer mittwochs, 20.15 Uhr auf History Channel. Der unerklärliche Podcast. Mit Mrs. Fröhlich. Und Mr. Fröhlich. Hallo ihr Lieben. Hi. Willkommen zurück. Ich wollte gerade sagen, du wirst wieder sagen, willkommen zurück. Ja, ich, jedes Mal kurz bevor die Aufnahme hier startet, denke ich drüber nach, was ich anderes sagen könnte, aber irgendwie ist mir noch nichts Gescheites eingefallen, trotz, dass ich ein Brain habe. Ja, das Brain. Ja, so. Funktioniert heute nicht, deswegen werde ich mich heute zurücklehnen und Mr. Fröhlich übernimmt heute mal den Part des Ich führe durch den Abend oder durch den Morgen. Oder durch die Nacht. Ich musste nochmal kurz was trinken. Entschuldigen Sie bitte. Bist du ein bisschen aufgeregt? Nee, das Problem ist, also das Thema ist mega. Ich hatte sehr viel Spaß beim Recherchieren. Problem ist bloß, gerade ich als Sprachexperte werde hier definitiv an meine Grenzen gestoßen und ich bitte alle HörerInnen um Nachsicht, dass ich das ein oder andere Wort definitiv falsch aussprechen werde, was wiederum meinen Charme ausmacht. Ja, das ist ja nichts Neues, so kennen wir dich ja. Richtig. Man nennt mich auch das Sprachwunder. Das ist, halt die ganzen Spitznamen hier sind, die übertreffen bald jegliches Wissen. Omnipräsent sind die. Ah, ich habe aber was vorbereitet für dich heute, dass du auch die Bilder dazu siehst. Also natürlich die Bilder, die The Brain, auch bekannt als Mrs. Fröhlich, gleich live und direkt hier sehen wird, findet ihr natürlich auf einem unserer Social Media Kanälen und könnt euch natürlich dann ausleben und drauf los tippen, was ihr darüber denkt. Was ist das Thema heute? Das Thema ist Out-of-Place-Artefakte. Warte, lässt du es mal kurz sacken? Also Out-of-Place-Artefakte. Ich weiß auch nicht, warum ich immer diese Gestiken mache, aber du sitzt auch immer da und hantierst mit deinen Händen rum. Out-of-Place. Okay, dann schieß mal los. Ich erkläre noch, was das ist. Also, ne, ich bin ja hier vorbereitet. Also, es geht halt um Objekte, die halt, ne, warte, ich will es nur noch ganz kurz sagen, bevor ich es vergesse, nur zur Info, der nette junge Mann, der uns unser Bild gemacht hat. Oh ja. Mit dem haben wir den Deal gemacht, er macht uns ein schönes, geiles Bild und wir und er gibt uns ein Thema. Das ist dieses Thema. Voll cool. Und ich hatte sehr viel Spaß, Pascal, wollte ich dir nochmal sagen. Ich hatte so ein Minimal, wusste ich darüber Bescheid, aber nicht so krass. Und jetzt habe ich halt, ne, recherchiert und hier vorbereitet und es ist crazy. Ach, du hast schon mal was davon gehört? Für mich ist es... Ganz leicht, ganz wenig. Okay, also ich habe noch nie, 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 niemals... Das ist krasser Scheiß hier. Sorry für die heftige Aussprache. Das sagen wir auch oft. Und ich wollte auch nochmal sagen, alle unsere Themen sind toll. Das sowieso, nur das ist hier echt, das ist von Folge zu Folge so, dass man da sitzt und sich denkt, es ist einfach krass. Was geht auf dieser Welt ab? Das kann doch alles nicht von dieser Welt sein. Genau. Los geht's jetzt. Also, was ist ein Out-of-Place-Artefakt? Ein Objekt, das an einem Ort existiert, an dem es unmöglich ist, dass es existiert. Das ist ein Out-of-Place-Artefakt. Okay. Also ein Gegenstand, der sich an einem Ort befindet, der dort eigentlich nicht hingehört. Der Gegenstand? Ja. Ja, nicht der Ort. Nee, nee, der Gegenstand befindet sich an einem Ort, wo er aber irgendwie komischerweise einfach nicht hinpasst. Ja. Also zum Beispiel, ein Baum im Ozean. Na, auf einer Insee kann es ja einen Baum geben. Im Ozean, habe ich gesagt, Herr Fröhlich. Mr. Fröhlich. Kommt auf gleiche drauf, ja. Warte, pass auf. Okay. Diese Objekte sind begehrt bei Eiden, die die Beweise suchen, um die Evolutionstheorie widerlegen zu können. Widerlegen? Ja. Okay. Uh. Sie dienen auch zur antiken Astronautentheorie, religiöse Beschreibungen der Vorgeschichte oder um verschwundene Zivilisationen wie zum Beispiel Atlantis zu unterstützen und um zu beweisen, dass es einmal eine Zeit mit mehr Wissen und Technologie gab als heute. Ja, das sind doch die perfekten Objekte für unser Thema. Richtig. Richtig. Anregungen. Richtig. Richtig. Schädel. Richtig. Das sieht ein bisschen aus wie, ähm ... Predator? Nee, Luke, ich bin dein Vater, Darth Vader. Oder so. Der Helm von dem. Oder es ist halt einfach nur ein zerstörter Schädel. Na, pass mal auf, so, äh, so, äh, das wäre ja zu einfach. Wir sind ja hier beim unerklärlichen Podcast und nicht beim einfachen Podcast. Mega. Ja. Ungewöhnlicher menschlicher Schädel gefunden in Mexiko, 1930 in einem Minentunnel in der Nähe der mexikanischen Stadt Chihuahua. Ha, ha, okay. Ähm, der Schädel lag neben einem normalen menschlichen Skelett freiliegend auf der Oberfläche. Das heißt, du hast ein menschliches Skelett in diesem Minentunnel gefunden und direkt daneben lag dieser Schädel. Dieser Schädel gehörte aber nicht zu dem Skelett, sondern das Skelett daneben war komplett. Es war halt ein menschliches Skelett und daneben lag dieser Schädel. Das kann aber auch nicht irgendwie ein Tierschädel oder so sein. Was soll denn das für ein Tierschädel sein? Ich weiß nicht, irgendein Tier, keine Ahnung, aber es sieht schon ein bisschen, ähm, alienmäßig aus. Also diese Einkerbungen da, dass der Schädel irgendwie nach hinten hin breiter wird noch, also die Stirnpartie und dann zu beiden Seiten wird so breiter. Das, ähm, erinnert ja immer wieder an dieses Aussehen von den klassischen grauen Wesen. Mhm. Die Nase fehlt halt irgendwie, ne? Oh, das ist Voldemort. Wahrscheinlich ist es das. Ähm, okay, schräg. Der Schäde ist in verschiedener Hinsicht anormal. Ja. Das hast du festgestellt und ich möchte dir jetzt genau sagen, was an dem anormal ist. Ein Zahnarzt stellte fest, dass es sich um einen Kinderschäde handelt, da im oberen rechten Oberkiefer, der mit dem Schädelbefallen war, unausgebrochene Zähne betroffen waren. Ah, okay. Das Innere des sternenköpfigen Schädels hat ein Volumen von 1600 Kubikzentimetern, was 200 Kubikzentimeter größer ist als das durchschnittliche Gehirn eines Erwachsenen. Oh nein, vielleicht hatte das Kind einen Wasserkopf oder so. Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Und dann aber die Zähne und so, das ist alles so. Ja, da sind Zähne halt noch im Kiefer, die noch nicht durchgebrochen sind. Also so habe ich jetzt die Sache verstanden, die du meintest, hat der Zahnarzt bestätigt. Okay. Es wird aber noch crazier. Das wäre ja zu einfach. Ja. Der Sehnervenkanal befindet sich am unteren Rand der Bahn nicht hinten. Was? Mhm. Also dann ist es ja eigentlich damit bewiesen, dass es kein menschlicher Schädel ist, sondern irgendein anderes Wesen, ein Schädel von irgendeinem anderen Wesen. Wenn der Aufbau des Körpers, also alles Mögliche, was damit zu tun hat, Nerven, Sehnen, weiß ich, alles, also dann, das kann ja dann, okay, es ist kein menschlicher Schädel. Wer weiß. Ich denke auch nicht, dass es ein menschlicher Schädel ist, weil es geht nämlich noch weiter. Es gibt keine Stirnhöhlen. Der Schädelrücken ist abgeflacht, jedoch nicht künstlich. Ah, okay, es ist nach hinten hin nicht rund, ja? Nein, es ist abgeflacht. Ja, okay. Und nicht künstlich heißt, es ist nicht so gemacht worden. Nee, es ist von Natur aus so, okay. Er besteht aus, wir kommen zum ersten Wort der heutigen Stunde, er besteht aus Calciumhydroxylapatit, dem normalen Material von Säugetierknochen, jedoch befindet sich in ihm eine Überladung von Collagen, die für den menschlichen Knochen unüblich ist. Ah, okay, also es hat eine Struktur von menschlichen, oder es besteht aus einem Teil von menschlichen Knochen, aber es hat zusätzlich, ich sag's jetzt mal, Material, was nicht menschlich ist. Überladungen von Collagen, wenn ich bitten darf. Ja. Also das ist, besteht aus mehreren Schichten dieser Knochen und eine kleine Schicht ist quasi menschlich und die anderen Schichten sind, wo man sagt, ja, keine Ahnung, ist Säugetier, kann auch noch was, sind noch andere Sachen, also man weiß nicht, aus was diese Schichten bestehen. Ja, sieht schon ein bisschen robuster irgendwie auch aus, ne, der ganz Gesamtbild des Schädels. Ja, dass du mal da auch was auf den Kopf kriegen kannst, ohne dass du Schmerzen hast. Ach, schon krass. Diese, diese Theorie wieder hier, dass es dann doch vielleicht da irgendjemand mal seine Finger in der menschlichen DNA hatte und uns gemacht hat aus seinen eigenen Sachen. Ja. Und gesagt hat, okay, nicht, dass die sich irgendwann so als Verteidigungsmechanismus, nicht, dass man sagt so, okay, nicht, dass die irgendwann auf die Idee kommen, sich gegen uns zu wenden, wir machen die mal ein bisschen schwächer. Ja, ja, ja. Dass die nicht so robust sind wie wir. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall, das ist eine sehr gute Theorie. Aber, achso, und der Name ist Star Child? Weil dieser Mundbereich aussieht wie ein Stern. Ja, okay, das habe ich mir schon gedacht, so ein bisschen. Und dann Child, weil das halt die Zähne noch nicht durchgebrochen sind. Also das ist jetzt. Na, das, die Reise geht ja noch weiter. Wir sind ja noch nicht fertig mit unserem Star Child Schäde. Übrigens gar kein Zungenbrecher. Also wenn ihr mal ein Trinkspiel sucht oder so, dann muss einer Star Child Schäde aussprechen. Ja, auch so das Jochbein und so, das gibt es irgendwie auch gar nicht, ne. Es geht ja nach hinten hin alles so richtig breit runter. Also der Kiefer von dem menschlichen Schädel, der ist ja so gewölbt, also ja rund, aber da ist ja gar nichts in der Hinsicht. Ja, es ist halt alles so ein bisschen breiter, so ein bisschen platter. Vielleicht auch besser so, vielleicht ist auch irgendein Schutz gegen Kälte oder keine Ahnung. Ja, es sieht halt irgendwie aus wie so ein Helm auch ein bisschen, ne, und nicht wie ein, wo die Augenhöhlen ja auch da sind. Aber diese Vertiefungen da, das, also wo die Nase sein müsste, naja, es sieht alles ein bisschen schräg aus. Als ob da irgendwie, ja, was anders abläuft oder verlaufen ist. Ich weiß es nicht. Die Kohlenstoff-14-Datierung wurde zweimal durchgeführt. Ich gehe natürlich stark davon aus, dass jeder, der das hier gerade gehört hat, weiß, was eine Kohlenstoff-14-Datierung ist. Ja, ich glaube, das ist irgendwie, jetzt mal ernsthaft, ich glaube, das ist irgendeine Untersuchung, wo man feststellen kann, wie alt dieser Schädel ist. Uh, the brain is in the house, Leute, ihr seid Zeuge. Genau. Beide ergaben, dass der Schädel circa 900 Jahre alt sei, plus minus 40 Jahre. 900? Ja, und entdeckt wurde der, warte mal, ich muss noch mal meine, 1930. Der wurde 1930 entdeckt? Ja, und wird 900 Jahre alt sein. DNA-Tests stellten fest, dass das Kind eine menschliche Mutter hatte und beim Vater weiß man nichts. Also ein Mischkind sozusagen. Vielleicht ein Hybrid, ja. Aber davon geht man aus, das kann man nicht sagen. Also, ach so, man weiß, man hat ja keine DNA mehr. Aha, das ist ja mega spannend. Wie kommen die da drauf? Das ist eine menschliche Mutter und der Vater was anderes ist? Sehr merkwürdig, okay. Also, was heißt, dass der Vater was anderes ist? Die haben halt alle möglichen Skelette, die sie in diesem Minentunnel gefunden haben, haben sie halt untersucht logischerweise. Da waren ja noch mehrere Skelette. Und sie sind halt davon ausgegangen, dass das Skelett neben dem Kind, äh, Starship, Schäde, die Mutter war. Ja. Weil es halt eine Frau war, ein Skelett. War aber nicht die Mutter. Okay. Weil sie halt die DNA-Dinger im Knochen und weiß nicht, wie das funktioniert. Und sie haben aber halt trotzdem festgestellt, aufgrund dessen, dass sie diese DNA in diesem Skelettfrau neben dem Kind untersucht haben, haben sie halt ungefähr die Strukturen. Und ich frage mich nicht, wie sowas funktioniert. Und haben halt festgestellt, okay, das ist halt ähnlich wie bei diesen Kinderschäden, aber da ist halt noch was anderes drin, wo man halt nicht sagt, ja, keine Ahnung. Also, das ist auf jeden Fall, die eine Seite ist menschlich. Ja, okay. Und die andere Seite... Weiß man nicht. Weiß man nicht. Okay. Das, okay, krass. Da kamen die mit irgendwelchen, ach, irgendwelche Professoren von irgendwelchen kalifornischen Universitäten und sowas, hätte ich mich natürlich auch reinlesen können. Ach, nur, ich, ist so, nee. Nö, ich würde ja vielleicht den Rahmen auch sprengen, aber es ist ja schon mal mega unerklärlich. Also, was das für ein Schädel ist. Wenn man schon so kleine Ansätze von Theorien hat, die beweisen, in Anführungsstrichen, dass da etwas nichtmenschliches drin ist. Ja. Krass. Das ist schon, ja. Und vor allen Dingen, weil, ich meine, wenn du jetzt irgendwo sowas finden würdest, dann ist das halt irgendwas, was, oder da könnte man denn drauf pochen oder glauben, dass das vielleicht nur irgendeiner... Oh, Entschuldigung. Ja. Hupala. Wir nehmen schon ein bisschen gegen Abend die Folge heute mal auf. Ähm, dass so ein Skandal oder viralen Hit oder so irgendjemand machen will, wenn du jetzt heute so ein Schäde fitten würdest, irgendwie sowas, ne? Aber 1930 gefunden, 900 Jahre alt, das heißt, um die Tausenderwende rum, äh, weißt du, was ich meine? Das ist halt alles schon ein bisschen crazy. Es ist aber alles so in der Zeit, das ist ja das, und noch krasser natürlich die nächsten Sachen, die jetzt kommen. Aber irgendwie kommt immer sowas Krasses aus solchen älteren Zeiten. Leute, wir müssen viel mehr buddeln. Also, ich verstehe nicht, also, ich habe irgendwas gelesen letztens, da soll irgendwo in Deutschland ein Freizeitpark oder sowas gebaut werden, und da haben die jetzt irgendwie auch bei den Ausgrabungen irgendwie eine versteckte unterirdische, ja, Stadtanlage oder sowas gefunden. Da ist man jetzt wohl auch dabei, um zu gucken, was da nun los ist. Ja, nice. Ja, sehr spannend. Übrigens, der Minentunnel war in der Nähe eines Flusses, wichtige Informationen für dich, für euch alle. Wieso? Das werdet ihr am Ende erfahren. Am Ende? Am Ende. Okay, also ihr müsst dabei bleiben und weiterhören. Ihr müsst es jetzt hier zu Ende hören, na, das sowieso. Also, okay, das war Starship Schäde, unser erstes Artefakt. Kommen wir zum zweiten, ich öffne das Bild und lasse Mrs. Fröhlich reagieren. Wir sind hier beim, wir kommen zum nächsten Wort, wo Mr. Fröhlich seine Sprachkenntnisse zur Schau stellen kann, Antikythera-Mechanismus. Ja, das dreht sich. Das ist ein Ventilator oder so. Das ist tatsächlich ein Ventilator. Gut, können wir zum nächsten weitermachen? Das ist natürlich kein Ventilator. Also, bekannt als alter mechanischer Rechner beziehungsweise Computer. Was? Nein, das sieht aus wie für mich von einem Flugzeug, diese Düsen, die ... Turbine? Turbine, ja. So sieht das aus. Okay, ist das ein Computer? Es ist ein ... Was ist denn das für ein freaky Computer? Ja, pass mal auf, freaky, da wird es noch, wenn ich weiterlesen darf. Entwickelt zur Berechnung astronomischer Positionen. Was? Und der befindet sich in einem Steinstück, oder wie? Naja, pass mal auf. Der Mechanismus wurde im Wrack von Antikythera vor der griechischen Insel Antikythera zwischen Kythera und Kreta entdeckt. Wow. Also, ein Wrackteil von einem Schiff? Naja, in einem Wrack würde ich auch sagen, dass es ein Schiff ist. Ja, nur jetzt wird es halt noch krasser. Äh, sie wurde auf etwa 150 bis 100 vor Christi datiert. Hm? Hm, hm. Ja. So, jetzt habe ich gerade was getrunken und ich hätte es beinahe ausgespuckt. Ähm, 100 vor Christi wurde dieses Dreh-Computer-Mechanismus-Ding, Ventilator, was habe ich noch gesagt? Turbine. Turbine gefunden. Ja. Ey, Leute. Was soll ich jetzt dazu sagen? Das kann doch nicht sein. 100 vor Christi. Und ganz ehrlich, jetzt mal Butter bei der Fische. Wenn jetzt irgendeiner um die Ecke kommt, vielleicht macht es ja irgendeiner aus dem Spaß wieder in unseren Kommentaren und darunter schreibt, dass das die Natur und das Wasser war, was diesen Stein so geformt hat. Leute, dann hört es auf. Da sind Schrauben, da sind Löcher für Schrauben drin. Es sieht aus, als ob es sich drehen kann. Und es soll für Astronomie eingesetzt worden sein. Zur Bestimmung astronomischer Position. Das heißt, das Ding wurde hergestellt, um die Position der Sterne zu datieren oder festzustellen, wie das funktioniert. Wie, denn muss da ja auch irgendwie sowas wie ein Fernrohrglas-System da drin gewesen sein. Oder es war einfach nur ein Stückteil gewesen von irgendetwas. Das Besondere, es ist ein technologisches Artefakt ohne bekannten Vorgänger oder Nachfolger. Es ist einfach auch exakt rund, ne? Also, deine Theorie zu sagen, die Natur, das Wasser oder weiß was ich, hat dann durch Strömung und Kristallisierung oder weiß ich nicht, was das so geformt. Also, nee, das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Das ist, finde ich, schon krass. Das passt ja zur Definition, dass ein Objekt an einem Ort gefunden wurde, wo es nicht hingehört. So, bei dem Schädel, muss ich sagen, trifft die Theorie, finde ich, nicht ganz so zu, weil ein Schädel kannst du überall finden. Klar, diesen komisch verformten, mit Anders-Knochen-Struktur-Schädel, dass der jetzt neben einem normalen Schädel gefunden wurde, okay. Aber, ja, so ein Mechanismus für 1000 vor, nee, 100 vor Christi. Es wird ja noch freakiger. Ach so. Ähnliche Maschinen, es gibt ja Maschinen, die sowas können, ne? Astronomische Positionen bestimmen. Ähnliche Maschinen, die eine derart komplexe Technologie verwenden, tauchten erst im 18. Jahrhundert auf. Ja. Das heißt also fast knapp 2000 Jahre später. Ja, also was soll ich sagen, entweder ist dieses Ding zeitgereist oder wir hatten hier mal Besuch auf der Erde von einem andersartigen Leben, was nicht Erdenmenschen waren, oder es gab einfach schon mal eine vollkommen hochentwickelte Zivilisation. Grinst nicht so blöde. Doch, ich darf auch mal. Ich darf mich auch versprechen. Ja, deswegen darf ich auch mal grinsen. Das ist ja schier unmöglich, dass das Ding da von 100 vor Christi ist. Was viel crazieriger ist, ist, nach über einem Jahrhundert weiß man zwar, was der Mechanismus bewirkt hat, was man jedoch nicht weiß, wofür der Mechanismus war. Ja, weil natürlich kannst du die astronomischen Positionen damit von irgendwas bestimmen. Bestimmen. Nur warum wolltest du das tun? Was hast du davon? Was hast du 150, 100 vor Christi? Was war dein Plan, dass du sagst, ich muss genau wissen, wo die Sterne sitzen, wo die liegen? Ja, das wollten die Menschen halt damals wissen. Ich will wissen, wo der Gürtel des Orion ist, da ist der Mond, da ist die Sonne, der Mars und so. Warum? Weil es nicht Menschen waren, sondern weil es Außerirdische waren. Die wissen wollten, oh, warte mal, ich muss mal kurz gucken, wo mein Mutterschiff ist. Und nur mal so zur Info, weil ich es ja erwähnt habe, was wichtig ist auch fürs Ende. Auch dieses Artefakt wurde gefunden im Wasser. Ja? Ja, im Wrack gefunden, wie ich schon gesagt habe, vor der griechischen Insel Antikythera. Naja gut, aber du hast ja gesagt, der Schädel wurde nicht im Wasser gefunden, sondern in diesem Minentunnel. In der Nähe von einem Fluss. Der wurde da wahrscheinlich hingeschwemmt, ne? Das weiß ich nicht. Ich war nicht da. Schade. Ich hatte an dem Tag frei. Ja, das war auf jeden Fall der Antikythera-Mechanismus. Leute, bitte guckt euch diese Sachen an, die Bilder. Ihr werdet sie ja bei uns sehen auf jeden Fall, aber... Ich schreibe auch explizit nochmal die Namen hin. Ich werde nicht mir irgendeinen Text ausdenken, sondern einfach nur hinschreiben, wie die Dinge heißen. Ja, ich habe es jetzt auch noch nicht gelesen, aber... Ach da, Antikythera. Antikythera. Ne, das ist ja... Antikythera. Na gut, okay, jetzt... Das ist französisch. Ja. Jetzt kommen wir zu Nummer drei. Das dritte Artefakt ist der... Einer meiner Favorites. Sakara-Vogel. Ach, das soll ein Vogel sein, ja? Das ist ja wohl ein Flugobjekt, also ein... Ein Segelflieger. Den Namen habe ich mir auch nicht ausgedacht. Ja, ich habe auch, also, wo ich den gesehen habe... Ey, ganz ehrlich, Leute, Sakara-Vogel, guckt euch das Bild an, ob ihr das jetzt am Handy eingoogelt oder bei uns auf den Social-Media-Kanälen guckt. Denkt bitte alle daran, wie wir früher alle als Kinder diese Papierflieger hatten, diese Sägeflieger, die man aus dem... Aneinanderstecken konnte. Die du so aneinanderstecken konntest, die aus zwei Teilen bestanden und dann hast du es einfach so weggeworfen. Ja, exakt, nur dass das aus Stein ist wahrscheinlich oder so. Die zweimal geflogen sind und danach waren sie kaputt, weil man immer diese Plastikkappe vergessen hat, draufzusetzen. Genauso sehen die aus. Oder sieht dieser Sakara-Vogel aus? Genauso. Also, und wer nennt den Vogel? Also wirklich, also kein Mensch kann so verstrahlt sein, sorry, ich will jetzt hier niemanden angreifen, aber... Schon geschehen. Ja, aber das ist ja wohl kein Vogel, guck dir mal das Bild unten rechts an mit dem Hinterteil da, das ist... Das sieht krass aus, ne? Das ist ja kein Lebewesen. Darf ich dazu noch ein paar Worte sagen? Nee, das ist einfach zu eindeutig. Okay, na dann... Von wann ist das? Wenn ich hier mit meinen Notizen, die ich heute mir erarbeitet habe, ein vogelähnliches Artefakt aus Bergahornholz, 1891 bei einer Ausgrabung in, natürlich, Ägypten entdeckt. Und du wirst es nicht glauben, ja, in der Nähe eines Flusses. Aus Holz? Bergahornholz. Also ja, aus Holz. Ich hätte gedacht, das ist so aus Stein, Sandstein oder wie auch immer. Ja, das ist halt ne sehr aktuelle Fotografie dieses Saqqara-Vogels. Deswegen sieht's halt so ein bisschen schäbig aus. Ey, weißt du was? Das ist ne Drohne. Ne Drohne. Darf ich vielleicht erstmal weitererzählen? Bist du hier... Also, es soll mindestens 2000 Jahre alt sein. Was? Der Vogel besitzt jedoch keinen Schnabel, keine Löcher für Federn oder ein Auge, wenn es überhaupt irgendeiner Vogelart ähnelt, dann dem des Falken. Wie, die Wissenschaftler, die sagen echt, das ist ein tierähnliches Vogelding? Oder die denken ernsthaft, das ist ein Tier gewesen? Dass die sagen, das ist halt ein Vogel. Oh. So spielzeugmäßig. Pass auf. Das Faszinierende ist, dass der Vogel zeigen könnte, dass es ein Verständnis der Prinzipien der Luftfahrt viele Jahrhunderte schon vorher existierte. Ja. Die alten Ägypter verfügten bis zu einem gewissen Grad über Segelbau. Deswegen, weil du gesagt hast, Segelflugzeug, dachte ich, nicht schlecht, the brain is heute on fire, dass es vielleicht eine Art Segelflugzeug war, was die einfach damals gebaut haben, aus Jux und Tollerei. Ein Spionage, Spionage, Segel, Drohnen, Flugobjekt. In Ägypten, um über die Dünen zu fliegen und die Wüste oder was, um zu sagen, Achtung, Klapperschlange auf 13 Uhr oder wie. Das weiß ich nicht, aber wir wissen auch nicht, was für Menschen oder Lebewesen damals, vor 2000 Jahren, hier so alle rumgetingelt sind, was sie mitgebracht haben von irgendwoher. Das, ja, also, es ist crazy, das Ding. Total, also weil, gut, vielleicht hat es auch irgendein Kind gebaut. Das dachte sich einfach so, ach. Vor 2000 Jahren irgendwo in Ägypten. Wer weiß, ich versuche ja nur irgendeine Normalo-Antwort zu finden. Wir sind hier bei Out-of-Place-Sachen, hier gibt es keine normalen Antworten. Ja. Normale Antworten sind verboten. Auch in der Nähe vom Wasser. Ja, selbstverständlich. Sag mal, ist das irgendwie aus irgendeinem Loch irgendein Wasserfall gekommen, wo die die ganzen Dinger hier auf der Erde angespült haben? Das Artefakt gleicht einem Modellflugzeug und hat andere zu Spekulationen geführt, dass die alten Ägypten das erste Flugzeug entwickelten. Das krasse ist auch noch, die haben das Flugzeug nachgebaut, in einen Flughafen, nee, in einen Flugtunnel reingestellt. Also, kennst du dieses da, wo die, es gibt so riesengroße Hangars, wo auch so, ich glaube, das ist auch in irgendeinem Indiana-Jones-Film, wo die denn so riesen Turbinen haben, um zu gucken, ob, ähm, oh, wie heißt denn das? Dass der Gegenwind und so, dass es alles aerodynamisch am Flugzeug überall vorbeigeht und sowas. Wie heißt denn diese Tunnel, wo die das testen? Ich hab absolut keine Ahnung. Jetzt mal, du hast wirklich keine Ahnung, wovon ich rede? Nein. Wie heißt denn, da gibt's bestimmt hunderte gerade draußen, hunderte, einige, die genau wissen, was ich meine. Ja gut, das ist halt so eine Testhalle. Es ist eher so eine Testhalle. Kann es fliegen oder nicht? Flug, es kann fliegen. Also, es ist perfekt zum Fliegen. Und die haben's exakt so nachgebaut, wie es da auf diesem Foto ist. Die haben das Original genommen, haben's auf dem Computer getestet, sie haben's überall getestet, das Ding kann fliegen. Also, ja, auch diese, in dieser Testhalle haben sie es auch getestet, es ist exakt ein einwandfreies Flugobjekt. Ja. Crazy. Haben hier die, äh, von NC and Aliens, glaub ich, gemacht. Oh, cool. Da gibt's auch, äh, glaub ich, ne Folge drüber, über das, äh, über den Sakara-Vogel und natürlich auch unser Erich von Däniken ist dabei. Das ist ja krass. Vor 2000 Jahren. Vor 2000 Jahren. Irgendwo in Ägypten. Wir haben 2023, okay. Bei irgendeinem Pharao, weiß ich nicht was. Ja, also. In der Nähe von einem Fluss. Was soll ich jetzt, was, ich kann mich nur wiederholen, das ist ja eine Dauerschleife, dieser Podcast. Ich, das, es kann doch nicht wahr sein, was, was. Es ist wahr, akzeptiere es, akzeptiere dein Schicksal, junge Dame. So, bist du bereit für den vierten Kracher aus der lustigen Welt? Der sieht ziemlich unspektakulär aus. Ja, pass mal auf. Außer, dass er ein Loch hat. Der Stein mit dem Loch. Und der sieht ein bisschen aus wie Batman. Oder wie ein Hund, ich dachte eher wie so ein Hundekopf. Ja. Das hier ist der Aluminiumkeil von Ayut. Okay. Fragezeichen? Große Fragezeichen. Ein keilförmiger Gegenstand, der 1974 in Rumänien gefunden wurde. Ähm, gefunden wurde es unter 35 Fuß Sand und neben zwei Mastodonknochen. Was? Selbstverständlich. Ich musste es auch googeln, weil ich dachte, was zum Hacker sind Mastodonknochen? Mammutknochen. Wie, bitte? Ja, du hast meine Sprache ganz richtig verstanden. Äh, sag mal, wurden die Mammuts etwa wie Pferde oder wie Esel gehalten? Und das sind Hufen oder was? Mammuthufen? Nee, das ist so ein Mechanismus, um, weiß ich nicht, eine Karre hinterher zu ziehen. Irgendwie so ein Verbindungsstück. Och, du bist so auf dem falschen Weg, das ist gut. Schade. Klang für mich jetzt gerade so. Nee, es wird aber richtig cool, wenn ich dir erzähle, was das sein soll. Dann wirst du nämlich richtig geflasht und wir sind live dabei. Und wir reden hier von Mammuts, ne? Also, wir sind ja noch weiter zurück in die Vergangenheit. Wir sind hier bei den Mammuts, ja. Okay. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass es in der Nähe eines Flusses gefunden wurde? Nein. Habe ich doch gerade gesagt. Ja, es ist schön, ne? Es wird behauptet, dass der Keil ein Beweis für außerirdische Besucher aus der Vergangenheit ist. Und jetzt runzelt deine Stirn, dass man Lederhaut sieht. Der Keil... Habt ihr das gehört? Wie gemein. Das war nicht gemein. Der Keil soll einen Fuß eines Fahrwerks innen, nicht anders als bei den gegenwärtigen Raumfahrzeugen, nur kleiner. Und jetzt guck dir das mal an und jetzt siehst du das Loch und jetzt stell dir mal, da geht eine Stange vor. Und das ist nichts anderes als einfach ein Fuß für die Landung. Was ist das? Crazy. Nee. Mammuts. Wir reden hier von Mammuts. Ach, wenn du wüsstest, was hier jetzt noch kommt. Das macht richtig Spaß, wenn man hier so ein Wissen hat. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist total freaky. Dies wurde von anerkannten Ufologen bestätigt. Dass es sich halt um ein Fuß von einem Fahrwerk handeln muss, so wie bei heutigen Raumfahrzeugen. Und wenn du dir mal irgendwelche Space Shuttles oder so anguckst, die haben alle so eine Füße. Die sehen halt genauso aus. Aber ich muss jetzt mal ganz kurz dazwischengrätschen und sagen, Respekt an die Raumfahrtleute oder wie auch immer. oder die Menschen allgemein, dass sie, und wir gehen jetzt davon aus, dass es außerirdisches Leben gibt und intelligenteres Leben, dass wir Menschen trotzdem in Miniaturschritten so eine Intelligenz besitzen, dass wir ähnliche Sachen erfinden, die dem gleichen Zwecke dienen. Oder wir kriegen Beispielbilder von außerirdischem Leben. Ihr müsst das so und so bauen, damit ihr das für das und das benutzen könnt. Wahrscheinlich eher das. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, unser Gehirn ist schon gut. Meinst du, wir sind so smart? Ja, doch. Ich glaube, in gewissen Dingen schon. Wollen wir es hoffen. Wäre schön. Danke, dass du an uns glaubst. Wirklich, finde ich schön. Die Tatsache, dass sich der Keil in derselben Schicht wie die Mammutknochen befand, ich habe jetzt extra nicht Mastardonen nochmal gesagt, obwohl ihr jetzt alle von diesem Wort verfolgt seid. Also das Wort ist wirklich nicht so schön. Wahrscheinlich spreche ich es auch falsch aus. Wäre der Keil mindestens 11.000 Jahre alt. Ja, also. Und jetzt denkst du dir, ach mein Gott, was soll denn daran so schlimm sein? Wieso sollte dies von einem Alien-Schiff stammen? Also das kann doch auch. Naja, von Mammuts oder von den Neandertalern kann es ja nicht sein. Aluminium wurde erst 1808 entdeckt und ging erst 1885 in die Massenproduktion. Okay, das ist krass. Ja, so. Und das heißt mal kurz, 11.000 Jahre früher sagt man so, wir haben hier übrigens einen perfekten Aluminiumfuß, nur mal so nebenbei als Info. Ich wiederhole. Der in der Schicht von Mammutknochen drin ist. In derselben Schicht, also stammt es aus der Zeit, wo dieses Mammut gelebt hat. Ja. Es, das, ich wiederhole mich, es kann, also Leute, was wollen wir hier eigentlich noch weiter diskutieren, darüber, ob es außerirdisches Leben gibt oder nicht. Diese Erde war bevölkert. Ich hatte schon gesagt, dass es in der Nähe von einem Fluss ist, ne? Ja, also du, das finde ich gut, das machst du gut heute. Danke. Ich gebe mir auch Mühe. Diese Spoiler-Sachen sind immer wieder. Das ist ganz schön, ne? Man wird immer wieder zurück, wie Fluss, 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 alles ist in einem Fluss. Leider habe ich am Ende, naja, ihr werdet ja sehen. Da kommt wahrscheinlich nur ein Furz bei raus. Möglicherweise. Der Kai selbst, jetzt wird es ja noch crazieriger, wir sind ja, also wir machen ja hier der unerklärliche Podcast, ne? Der Kai selbst soll angeblich erst auf der Erde hergestellt worden sein und sein Zweck wurde bis heute noch nicht identifiziert. Zur Herstellung von Aluminium benötigt es eine Hitze von circa 1000 Grad, damit du das verarbeiten kannst. Da war bestimmt irgendwo ein Brennofen bei den Mammuts und den Neandertalern. Da war denn mal ein Mammut und hat gesagt, huch Mensch, die haben schon frisch, machen wir Feuer. Und woher haben die sich das Aluminium genommen und dann auch noch in so eine Form gebracht. Das ist ja, ist ja nicht nur so, dass ich einen Aluminiumklumpen habe, den heiß mache damit, also und dann, also hier guckt ihr die geraden Linien an, guckt ihr das Loch da an. Und diese Einbuchtung da oben, was ist das? Ja, es wird ja, es ist ja nur ein Teil von etwas, sprich, da muss ja noch ein anderer, wahrscheinlich viel größerer Gegenpart dazu existiert haben. Alter Falter, ich, das ist... Weißt du, was ich am coolsten bis jetzt finde an der ganzen Folge? Oder an diesen bisher vier Artefakten, die hier gerade, über die gerade gesprochen wird? Wir sind echt überall irgendwo ein bisschen auf der Welt unterwegs, ne? Wir sind in Rumänien, wir sind in Griechenland. Wo war das jetzt? Das? Ja. Der Fuß? Ja. Der Keil? Rumänien. Ach ja, Rumänien, stimmt ja, oh Gott. Denn der Computer, oder ja, der Rechner war Griechenland, dann haben wir den Sacker-Vogel, Ägypten. Ach so, den Vogel, ja, die Schäde. Schäde, Mexiko, und welches Land darf natürlich nicht fehlen? Na, nicht, also Deutschland wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Ne, Deutschland ist nicht dabei. Äh, Südamerika, ne, Mexiko haben wir ja schon, Afrika. Wir befinden uns jetzt in... Ach, haben wir ja, Ägypten ist ja Afrika, oh Gott, oh Gott. Aber mich immer fertig machen. Wir sind in Amerika. Ach so, in Amerika natürlich, USA. Und zwar sind wir beim London Hammer. So, ich, äh, man sieht jetzt, äh, auch wenn ihr das sehen könntet, wie Mrs. Fröhlich sich dieses Beet anguckt. Es ist... Also, warte mal, da ist ein Holzstab in einem steinhammerförmigen, äh, Gebilde, was alles im Stein nochmal irgendwie ist. Ja. Und es wurde in Amerika gefunden. This is in America, ich kann ja mal anfangen. Made in America. Das weiß ich nicht. Also, das ist der berühmte London Hammer. Warum heißt er jetzt London Hammer? Tja, wenn du deine Öhrchen spitzen würdest, äh, bekommst du die Antwort postwendend. Ein Hammer aus Eisen und Holz wird 1934 in London im US-Bundesstaat Texas gefunden. Ach, da gibt's einen Ort, der London heißt, ja. Ja. Gibt ja auch einen Ort, der Berlin heißt oder so, ne? Genau. Und ich kann's ja schon mal vorweg sagen, äh, der wurde in der Nähe von einem Fluss gefunden. Boah, also langsam gehst du mir damit auch ein bisschen auf die Nerven. Nur nebenbei als Info. Aber du machst es gut. Okay, also wir befinden uns in Texas. Wir sind in Texas in Amerika. Wir haben ihn in der Pang-Pang-Hammer gefunden. In der Nähe eines Flusses wurde ein London Hammer gefunden. Ne, der heißt einfach nur London Hammer. Weil er da gefunden wurde. So, und jetzt sitzt du da und warst eben gerade mit den Mammuts ein bisschen verwirrt, denn lass mich dich noch ein bisschen weiter verwirren. Noch weiter? Er ist fest in einer Kalkstein-Konkretion eingebettet, in einer Formation aus der Kreidezeit und ist wohl das bekannteste Artefakt der Out-of-Place-Artefakte. Ja. Der kommt aus der Kreidezeit. Ja, der definiert absolut die Definition dieses Themas hier heute. Hä? Also, oh Gott, warte mal, jetzt kommt The Brain, aber in der Kreidezeit, da gab es doch noch gar keine Lebewesen, oder? Äh, Menschen. Frag mich bitte nicht. Oh mein Gott, ich habe das letztens mal so schön in einem Kinderbuch gesehen mit den ganzen Zeiten, aber ich habe es mir leider nicht gemerkt. Ich traue mich ja mittlerweile nicht immer, was dazu zu sagen. Aber ist Kreidezeit nicht Dinosaurier, Ansa? Äh, ja. Ist doch die Dinos, ne? Hättest du mal googeln müssen, Mr. Fröhlich. Ich wollte auf The Brain hoffen. Okay, wir sind also noch weiter als die Mammuts und als die Kreidezeit. Und da wurde so ein blöder Hammer gefunden. Wozu braucht man denn in der Kreidezeit einen Hammer? Pass auf. Gefunden wurde der Hammer von einem Ehepaar. Sie entdeckten ein Stück Fels, wo ein Stück Holz herausragte. In einem Fluss. Nach einem Jahrzehnt, frag mich nicht warum nach einem Jahrzehnt, nach einem Jahrzehnt jedoch, brach ihr Sohn den Felsen auf und fand den verborgenen Hammerkopf. Ach, die haben das mit nach Hause genommen? Das lag dann da einfach mal so ein bisschen rum. So zehn Jahre lag das Ding da rum. Und dann kam der kleine Junge und dann dachte er so, ach, ich hau mal drauf. Genau. Also es war vorher einfach ein... Hat aber gut abgeschlagen, ne? Dass der so in völliger Form geblieben ist. Du siehst ja, das war halt einfach ein Felsen und hier guckte halt dieser Holzstil von dem Hammer raus. Und dann haben die ja gedacht, ja gut, nehmen wir mit nach Hause und packen sie in die Vitrine. Sieht ja schick aus. Deko old school. Aber wie konnten die denn das finden aus der Kreidezeit? Das ist doch... Da sind doch Schichten von Erde drüber gewesen, oder? Tja, da musste die Familie Hahn, heißt die. Also die Formation der Kontinente und weiß ich nicht was alles, das hat ja auch alles sich verändert. und Erdschichten sind übereinander gelappt, oder weiß ich nicht. Also das ist ja krass. Ist es. Der Hammerkopf besteht zu 96,6 Prozent aus Eisen und ist seit seiner Entdeckung nicht mehr gerostet. Was? Der sieht so aus, wie er aussieht. Der rostet nicht mehr. Es wird erzählt, davon gehen Präaustronautiker, Wissenschaftler und so aus, dass der Hammer vor der großen Flut, die diese Erde mal hatte, von Riesen verwendet wurde. Da sind wir wieder bei dem guten alten Thema Riesen. Komisch, dass es schon in allen möglichen Bereichen und Thematiken und so immer wieder auftaucht, dass irgendwie immer so in einem Nebensatz und so zwischendurch, dass man irgendwie davon ausgeht, dass hier mal Riesen auf der Welt gelebt haben. Ja, ich bin auch auf letztendlich auch ganz viele Sachen gestoßen mit Riesen. Und dann dachte ich mir auch, wobei ich gelesen habe, dass der London Hammer jetzt kein großer Hammer ist. Also der ist jetzt nicht riesig, dass du sagen kannst, es ist für Riesen, also wie so ein Vorschlaghammer ist ja bei einem Riesen vielleicht wie bei uns so ein normaler Hammer. Ja. Von der Größe her, von dem Verhältnis. Ja. Und der wäre halt wirklich mehr was fürs Detail gewesen. Also das ist mehr so ein kleiner Meißelhammer, um irgendwas schick zu machen oder so von der Größe. Und der ist ja auch, also alle Artefakte, habe ich ja gesagt, sind ja in der Nähe vom Wasser oder im Wasser gefunden worden. Löst du es jetzt auf? Ich habe keine Auflösung. Ich wollte es einfach nur sagen. Oh, ich wusste es. Es kommt nur heiße Luft. Ich habe nichts darüber gefunden. Und jedes Artefakt von dieser Top-Ten-Liste, die ich da gefunden habe und so und die ganz bekanntesten, jedes Ding einfach in der Nähe vom Wasser oder im Wasser, wo ich mir denke, warum? Warum ist denn da immer Wasser im Spiel? Kann das nicht irgendwo mitten in der Plöre irgendwo sein? Da muss doch, irgendwas ist da im Busch. Ich wusste das. Ich bin jetzt gerade ein bisschen sauer auf dich, aber egal. Anregung an die HörerInnen, dass die sich vielleicht mal damit befassen. Vielleicht weiß es ja jemand, warum da immer Wasser. Ja, aber das Wasser, die Wasserflächen und so, die haben sich doch auch verändert und so. Warum? Das muss Zufall sein. Das kann nicht anders sein. Weißt du, was mein erster Gedanke war mit diesem Wasserthema? Die, ich musste daran denken, dass die NASA doch früher angefangen hat. Was denn? Nichts. Da hast du gerade so in den Sitz geguckt. Ich habe hier gerade meinen Stuhl bewegt und das war komisch, das Geräusch. Okay. Dass die NASA ja vor der Raumfahrt hat die ja angefangen, die Meere zu durchsuchen oder abzusuchen und zu erkunden und keine Ahnung was. Und dann haben die ja quasi über Nacht damit aufgehört. Und haben dann gesagt, okay, erst da, wir machen jetzt ein Raumfahrtprogramm, wo du denkst so, äh, ihr guckt euch das Meer an? Sagt dann, äh, nee, das stellen wir wieder ein. Wir gucken mal, wie wir den Planeten verlassen können. Ist ein bisschen, finde ich, nicht so cool, die Aktion. Ja, ja, die Ozeane sind wenig, sozusagen, in den Forschungs... Na, so gut wie gar nicht. 20 Prozent oder so von dem Mervis kennen wir. Ja, ich will auch gar nicht wissen, was da alles unter der Wasseroberfläche ist. Ey, ihr könnt mich alle für völlig crazy und verrückt halten, habe ich kein Problem mit. Ich bin immer noch felsenfest davon überzeugt, dass irgendwo, irgendwo, auf irgendeiner Mikroinsel am Ahr der Welt, wo noch nie jemand war, noch Dinosaurier rumlaufen. Ach so. Ja, es ist ja auch noch nicht alles erforscht von dem ganzen Ozeanoberflächen. Deswegen, guck dir doch mal an, die Erde besteht eigentlich nur aus Wasser, wenn du dir das mal anguckst. Ja. Irgendwo gibt es doch 100 Pro in der Insel, wo noch Dinosaurier rumrennen. Ja, das ist auch eine nette Theorie, die du hier zusätzlich noch in den Raum stellst. Das wollte ich immer mal gesagt haben. Ach so, schön, dann bitte, ja, habt ihr alle gehört. Ähm, ja, crazy, also... Dann schieß doch mal los von allen Artefakten, von den fünf, die wir jetzt hier, die ich vorgestellt habe. Ja, ich finde den Hammer am krassesten, weil der am ältesten ist und weil ich das unfassbar finde, dass so einer... Also, es ist ja zu erkennen, dass es irgendein Werkzeug darstellen soll, dass das gefunden würde. Ich hier mein, mein, äh... Ich habe schon wieder vergessen, als was ich das bezeichne vom Flugzeug. Turbo? Turbine. Turbine, oh. Äh, die Turbine finde ich krass. Mit dem Schädel... Ja, das finde ich jetzt nicht ganz so spektakulär. Das Flugzeug wird irgendein ägyptisches Kind vielleicht sich gebaut haben. Nur damit du es nochmal verstehst, der Sakara-Vogel ist von seiner Form her, der kann fliegen. Weil du musst ja auch diese Aerodynamik und diese ganzen Winkel, du kannst ja nicht einfach irgendwas zusammenbasteln und sagen, Flüge, hier hast du dit dran und dann schließt... Das kann... Das Ding, wenn du das so machst, funktioniert es als Segelflugzeug. Es kann so mit den Maßen, so wie die... Ja, die Pyramiden stehen auch und haben innen drin Schächte und Kammern und weiß ich nicht, was... Boah, da habe ich letztens auch was Geiles drüber gesehen, aber das kommt irgendwann mal zu einem anderen Thema. Dann können sich ägyptische Kinder auf Flugobjekte ausdenken und basteln. Es ist aber perfekt. Ich weiß. Ja. Es ist... Du kannst es, wenn du das so in die Produktion gibst, kann das Ding fliegen. Ja. Und was haben die Mammuts mit so einem technischen Aluminium-Ding zu tun? Ey. Wirklich. 11.000 Jahre alt. Mehr Beweise. Also es kann einfach nicht mehr Beweise dafür geben, dass hier irgendwie mal was Krasses auf der Erde abgegangen ist oder hier mal irgendwas anderes gelebt hat. Und das sind Artefakte. Das sind Überbleibsel von irgendwelchen Zivilisationen, die einfach mal krass gelebt haben schon. Ja. Wo der Sehnerv auch noch anders verläuft. Vielleicht konnten die irgendwie anders gucken oder so. Vielleicht haben die diesen dreidimensionalen Parallelwelten rumsehen können, den wir nicht sehen, was unser Auge sehen kann. Ja, würde ja schon rechnen, dass die alles sehen können, was wir nicht sehen können. Vielleicht liegt es ja auch daran. Müssen wir jetzt alle uns den Sehnervkanal nach hinten legen. Nach vorne, dachte ich. Nee, der geht bei denen nach hinten. Warte. Hä? Du hast doch gesagt, der geht bei denen nach vorne. Unser Sehnerv kommt doch von hinten ins Auge rein, oder? Leute? Ach ja, der Sehnervkanal befindet sich am unteren Rand der Bahn, nicht hinten. Richtig. Nicht hinten? Nicht hinten, ja. Gott, ich kenne jetzt deine Notizen besser als du selbst. Naja. Ich warte ja noch darauf, dass ich gefragt werde, welches Artefakt ich denn am schönsten finde. Ja, Mr. Fröhlich, welches Artefakt finden Sie denn am schönsten? Das ist aber nett, dass du mich fragst. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Oh, da muss ich mal kurz nachdenken. Also ich nehme den Aluminiumkeil. Okay. Aus Ayut. Das war wieder klar, dass du irgendwie sowas, ich sage es jetzt mal, unspektakuläreres nimmst. Du findest auch immer die hässlichsten Charaktere im Film irgendwie am coolsten. Ja. Ja. Weil, das Ding ist 11.000 Jahre alt. Das Ding war zwischen einer Schicht von Mammutknochen. Warum zum Kuckuck? War das überhaupt da? Weil es wurde geformt, 1000 Grad. Hast du an, wie viel, was du brauchst, um 1000 Grad herzustellen? Da brauchst du richtig, richtig Feuerenergie, damit du das kannst. Und dann musst du das auch noch in diese Form bringen. Ja. Da brauchst du also einen Schmied, der Aluminium schmieden kann. Weiß ja nicht, ob das jetzt jeder kann. Kann ja auch sein, dass du einen Eisenschmied, so einen Aluminiumklux gibst und sagst, hier machen wir daraus mal eine Krone. Und der sitzt da und sagt, ich kann dir nur Eisenschmieden. Ich kann dir kein Aluminium, das kriege ich gar nicht hin. Ob da die Bautechniken und die Arten, wie du das bearbeitest, ob das was ganz anderes ist. Verstehst du, was ich meine? Und das ist definitiv nicht durch Wetterbedingungen entstanden, das Ding. Das wurde so gemacht. Aber es ist vielleicht durch die Zeit gereist. Das habe ich auch übrigens gelesen, dass viele auch von Zeitreisen ausgehen, dass die ganzen Artefakte alles von Zeitreisenden mitgebracht wurden, um halt den Menschen so einen kleinen Stups zu geben, so von wegen, hier, könnt ihr mal als Hilfe. Ach so, andersrum. Ach so, diese ganzen Artefakte wurden durch ein Zeitreisenden in unsere Welt gebracht, damit wir es ausbuddeln können, sozusagen. Quasi. Und sehen, okay, was ist denn das und das? Ich dachte, dass das vielleicht von Menschen, die in unserer heutigen Zeit leben oder in der Zukunft leben, die in die Vergangenheit gereist sind und es dann da irgendwie liegen lassen haben und wir es jetzt wieder ausbuddeln. Es ist auf jeden Fall unerklärlich. Und der London Hammer zum Beispiel, der wurde denn auch, den hat irgendjemand gekauft für sich, bei einer Auktion oder so hat sich jemand den geholt und der wird halt, es ist Paradebeispiel für so typische Hammer benutzt, die halt jeder, oh was, jetzt bin ich aber gerade völlig lost, wer braucht denn nochmal einen Hammer zum Arbeiten? Einen Handwerker? Ja, aber da gibt es auch so, ach Mann ey, so gerade so aus der Westernzeit und sowas. Oh Gott. Auch Schmied und Hufschmied und also, also dieser Hammer ist halt, dass die Leute sagen, das ist genau, genau sowas wurde früher benutzt. Ah, okay. Der sieht genauso aus, der hat genau die Maße, besteht genau aus dem gleichen Material irgendwie, nur was, dass der nicht rostet, das ist das, wo alle so ein bisschen stutzig werden und sich denken, warum rostet der nicht weiter? Warum bleibt er, wie er ist? Der müsste ja irgendwann einfach verrosten und einfach kaputt gerostet sein, tut er aber nicht. Ja, krass, ne? Ja, ich habe auch irgendwo mal gelesen, es gibt irgendwo sowas wie ein Ninja-Schwert oder so ein Samurai-Schwert, was auch, weiß ich, wie alt sein soll. Oh, da können wir auch mal so in diesen japanischen, chinesischen Raum gehen und da mal was Ninja-mäßiges oder so. Oh, das ist auch spannend, ja. Und es gibt auf jeden Fall irgend so ein krasses Katana-Schwert, weiß ich nicht was, was nicht stumpf wird. Weh, musst du es nicht schleifen? Nein. Es gibt so ein richtig krasses Schwert, habe ich irgendwo mal gelesen, muss ich mal gucken. Krass. Mhm. Ja, ey, mega Thema. Pascal, danke dafür. Hat Spaß gemacht. Super. Hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Ich bin einfach nur fasziniert und baff, baff über diese ganzen Funde, tja, was diese Welt uns alles darbringt oder verbirgt. Wir müssen mehr buddeln, Leute. Also, habt Spaß am Leben. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bye, bye.